Ob oder Filter? Davina Geiss sich ganz schön verändert. Nanu, wie sieht Davina Geiss, 19, denn plötzlich aus? Seit sie ein Kind ist, steht sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester Shania, 18, für die familieneigene Dokuse Abdi Geissens vor der Kamera. Das Publikum konnte ihr hautnah beim Aufwachsen zusehen und begleitete sie auch durch die aufregende Zeit ihrer Pubertät. Inzwischen ist Davina volljährig, und die Fans finden, dass sie ganz schön verändert aussieht. Ihre Mama Carmen Geiss, 57, teilte auf Instagram ein Selfie mit Davina, das die Fans zum Spekulieren anregte. Darauf wirkt ihre Tochter nämlich sehr verändert, ihre Nase scheint ganz besonders spitz. Die Lippen voll und das Gesicht schmal. Hat die Tochter eine Nasen-Op gehabt? Fragte eine Usain verwundert. Leider nicht mehr alles natürlich in ihrem Gesicht. Schade, und das schon in dem Alter, stimmte er eine andere zu. Einige Nutzer konnten erst gar nicht erkennen. Dass es sich auf dem Foto um die 19-Jährige handelt, wer ist das daneben Carmen, und welche Tochter ist das denn? Nicht zu erkennen. Leider, waren nur einige der verwunderten Kommentare. Bei den Veränderungen könnte es sich aber auch nur um einen Beauty-Filter handeln, der auf dem Foto über das Gesicht der TV-Bekanntheit gelegt wurde. Sie ist von Natur aus hübsch. Aber hier ist ein fetter Filter am Berg, vermutete ein Fan. Davina hatte keine Op, stellte ein anderer klar. Aber hier ist ein Foto über das Gesicht.